mit dem nächsten angriff lassen den ball laufen aber jetzt bräuchten sie auch und jetzt die chance so wird das nix mit dem tor der teute ist da ein fantastischer treffer da haben sie sich klasse durch kombiniert und dann war plötzlich ganz frei und so eine chance nutzer dann ist ja klar so jetzt gibt es natürlich auch die wiederholung dieses treffers oder haben die verteidiger ihn aber im stich gelassen und so kannst du den gegentreffer irgendwann dann nicht mehr verhindern